Dann brennt ein Tor zur schwarzen Orion. Maxi? Was ist das? Ich weiß nicht. Das kann nur... Der Ort hinter dem Horizont sein! Na los! Glupsch nur! Glupsch, glupsch! Und dann verdünnisiert ihr euch! Hört ihr? Na los! Nackte Fliege! Hat der eine Meise? Aber und wer ist dieser Kerl? So viele Fragen! Was willst du? Warnen! Und wovor? Vor dem! Ist Leon da unten? Ja. Oh, Halt! Oh nein! Nein! Leon ist... Er ist... Er ist... Schack! Tot! Wie ein Stein! Das glaube ich nicht. Nein! Nichts! Oder es wird euch genauso gehen! Schack! Ach. 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 Schack. Ich bin jetzt. Vielen Dank.